Vielen Dank heute bei uns an Friedem, Schreckenberg, David Hildas und Max Heikam. Vielen Dank an das Schießrichtergespräch. Der Dank natürlich auch nochmal an unsere Ortsvereine, die uns heute hier besucht haben. Die haben wir noch gesehen, Michael Marder von den Schützen, Frank Herzberg und Rolf Gardert hier begrüßen. Kommt dann von den Schützen Dorkesorf, den BTV habe ich hier schon vertreten gesehen, durch die Handballer hier, Marco Kreuz. Ja!